Ich lass die ganzen Rohstoffe jetzt aber ein bissel liegen, weil... Nee, ich bau die ab. Weil es bringt mir nix, wenn ich das Kunden tue und dann... Naja, da ist der Spawner wieder. Und da ist... Was ist der Spawner wieder? Nee, nee, da ist aber Lapis beim Spawner. Den, was wir abgebaut haben. Okay. Weil ich möchte mich so mit so Rohstoffen anfüllen, wie es halt nur geht, ne? Mhm. Weil jeder Kohleblock zählt. Weil bei unseren Projekten müssen wir immer so viel bleiben. Stopp, da hast du Steinkohle. Steinkohle, brrrr. So, wir gehen da wieder rauf. So, warte, von da komm mal ja schon. Da ist das Spawner gewesen. Mhm. Das heißt, wir müssen da rüber. Aber bei den Höhlen, dann kannst du nicht in Ruhe rauchen. Mhm, das stimmt. Ich hab keine Ahnung, wo wir hin müssen mehr. Ich sag's dir ehrlich, wie es ist. Oh, da ist ne Kiste noch. Achso. Ich nehm alles mit. Warte, 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 warte. Da. Hey, trete ich um. Trete ich um. Die Ohre lass ich da. Hm. Da sind wir rauf gegangen. Also das ist unsere Treppe. Da unten geht's nicht weiter. Nope. Da oben ist Kohle. Jo. Ist das überhaupt Kohle oder ist das? Ja, das ist Kohle. Hm. Hm. Oh, da ist Kohle. Da ist überall noch Kohle. Da geht es definitiv nicht weiter. Da ist noch Steinkohle hinter dir. Oh, da geht's Vetta. Uh-ha. 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 Oh-ha. Oh. Was? Wo? Nein! Hat gar nicht weh getan. Zwei Herzen in Höhe. Gar kein Herz. Das ist das Leibende. Ich weiß nicht warum. Was packst du da gerade raus? Redstone. Nein! Moment, beschütze mich mal kurz. Ich brauche Fackeln. Passt. Ja, Lapis! 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 Das ist das Leibende. Das ist das Leibende. Das Leibende. Das Leibende. Das Leibende. Dann geh ich wieder zurück. Super, ich kann kein Gold mehr aufnehmen. Okay, dann hau ich die Axt halt weg. Da musst du auch das Gold noch nehmen, genau. Da oben hast du noch eins. Genau. Hä? Nein, falscher Weg. Von wo sind wir denn kommen jetzt? Da. Die Schlucht lasse ich mir jetzt nicht entgehen, Alter. Komm, schwimm! Leck mich ja fett, Alter. Die ist ein bisschen groß. Jo. So. Das ist Eisen. Nein! Was? Ich bin deppert. Warte kurz. Kannst du das abfüllen? Ja. Das hat ausgeschaut wie Eisen hinterm Wasser. Wie viele waren's? Zwei. Nein, nein, nein. Wären jetzt vier Erze. Ejo. Scheiss sind da auch. Oh, das war's schon. Na ja, falls ich sterben sollte. Dann haben wir wenigstens zwei. Genau. Ist das da oben Lapis oder ist das da oben nicht Lapis? Was? Ich komm gleich. Weißt was? Nein, das ist cool, ey. Komm weiter auf, ey. Da gehst glaub ich weiter. Ja, da geht's weiter tatsächlich. Hahaha. Hi, jo. Gehen wir denn jetzt hin? Da ist Kohle, da ist Eisen, da ist nichts. Kann ich das Eisen überhaupt noch aufnehmen? Ja. Da ist Kohle, da ist Eisen, da ist nichts. Kann ich das Eisen überhaupt noch aufnehmen? Weißt, wo wir die zwei Diamanten hingeben? Hm. In die Reparierkiste einfach. Hm. Naja, das ist halt... Diamantenmüll. Hahaha. Naja, so ist's. Nicht anders. Hm. Hm. Da geht's auch weiter, oder was? Oder wie? Oder wann? Warte mal kurz, Kenneth. Tatsache. Aber das ärgert mich jetzt schon mit den Diamanten. Hm. Dann würde es dich hier genauso. Nee. Okay, ich glaub da geht's raus oder rauf. Das ist gut. Hm. Warte, da geht's runter. Hm. Bist du sicher, dass du runter willst? Ja. Warum? Komm. Wir haben eh schon keinen Platz mehr ertäuschen. Komm. Wohin soll ich kommen? Ohohohohoho. Nächste Schlucht. Weißt du was, Kenneth? Ja. Was? Ich lass das alles unerkundet. Mhm. Lass das. Das ist... Gold. Lass das. Hm. Okay. Warte. Dort, 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 dort spawnt was. Ja, den mussten wir... Das ist... Bam. So, warte. Wo waren wir da? Da waren wir, glaub ich. Genau. So, komm her. Mhm. Da, da, da! Komm her, da! Hm? Da greifen wir uns erst hoch. Wo? Da. Da, da, da! Da, da, da ist! Mhm. Ich hoffe halt, dass ich auf keine Lava stoße. Ja, das glaube ich hoffe denn jeder von uns jetzt gerade. ... ... ... ... Ich bin nicht jetzt versuchst Kaninchen. Ne, was kann ich denn dafür wenn du so schnell bist, dass ich... Ah, du bist auf der Oberfläche. Soll ich meinen Wegpunkt setzen? Jupp. Hier weiter erkunden. Zack. Da, 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 da. Hier... Da, was habe ich jetzt gerade geschrieben. So, gehen wir nach Hause. Ist ja nicht nur so weit, sonst hau es weg. Ein PC Dorf? Hm. Ich habe nämlich noch eine große Schlucht gesehen. Darum habe ich gesagt, jetzt gehen wir nach Hause. Weil es bringt jetzt nichts. Na ja, war erfolgreich, sag ich jetzt einmal. Pass auf, da ist die Schlucht. Ja. Welche Schlucht? Die kleine da? Aber so weit... Und... Oh, geil. Was? Ist doch gut aus hier. Wow. Fast wäre ich reingefallen. Fast. Aber René, wir müssen dann einen Break machen. Und morgen erkunden wir sie weiter. Richtig. Cuckoo, Cuckoo. Muss man essen. Alles gefunden außer Lapis. So, Lapis haben wir schon gefunden, aber das ist ja ein Witz, das wir da gefunden haben. Da haben wir fast mehr erwarten gefunden. Nicht fast, sondern wenn wir es mit der Glücksspitzhacke abbauen, ist es eigentlich so. Ja, aber wir sollten jetzt Lapis auch mit der Glücksspitzhacke abbauen. Ja, das sah ich mir auch grad gedacht. Ne, das sind deine Bäume. Über das nicht du anpflanzt. Sicher. Wirklich? Ja. Geil viel, he? Ja. Ahja, das ist überhaupt nicht extremstens... Das ist ja... Waren wir da unten schon? Ja. Das ist ja extrem nah, alter. Die Höhle. Geil. Geil, amartig. Wie gefällt dir mein künstlicher Wald? Das sieht geil aus. und das sieht esthende lugar aus. Es ist recht, wenn lass' FDPira zeigen. Cho bl quá! So, jetzt kommen die Kisten, natürlich zum Einräumen. Das ist immer so lustig spannend. Da hab ich die Drohnen, da hab ich die Drohnen. Redstone Zubehör, Keys, jetzt haben wir das. Redstone Zubehör, da haben wir das hier. Dann die Schienen. Das kommt draußen hin. Da haben wir noch Redstone Zubehör. Da haben wir den Bemosten. Da haben wir die Diamanten. Und umgekehrt. Lapis musst du noch reingeben. Wo sich die drei Pferderistungen hingeben. In die Kiste, vor Ort die Pferde, oder? Richtig. Können wir sogar bald machen. Oh, können wir schlafen. Warum? Es wird Nacht. Ja und? Wir sterben ja da nicht. Ich wollte das ja nur schnell rübertragen. Ach so, ja warte gleich. Ich bin ja gleich fertig. Wir sterben da ja nicht. Schallplatten gebe ich auch unter Verzauberungen dabei. Keine Ahnung, wo wir die hingeben. Wie baut man eine Jukebox eigentlich? Muss ich noch schauen. Ich hab keine Ahnung. So gehen wir mal schlafen. Aber blöd, dass zweimal die gleichen sind. Aber cool, dass wir überhaupt welche gefunden haben noch. Ich hab keine Ahnung. Äh. So. Hallo. Waaay. Nehmt man sowas Gartenverschönerung? Mhm. Gartenarbeit. Umgrabungen. So. Weißt was, ich schau ob ich jetzt noch einmal reparieren kann die Diamantspitze ab. Bist deppert Alter, wir haben schon ur viele Satteln. Wirklich? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht Satteln. Zwei goldene und vier eisene Pferderüstungen. Bist du deppert. Das kann ich mit diesem Namensschild machen ey. Ich kann das nirgends wohin legen. Gib her mal. Ich kann dich damit hauen, aber das war's auch schon. Ja mal. Ja, was willst du damit machen? Ja, anschaun. Loll. Ich googel dann einfach nach. Ja, legst aber in die sonstige Kiste. Aber hast du jemals schon mal das g'sengen? Na, na. Noch nie. Ich hab schon vieles g'sengen, aber das hab ich noch nie g'seng. Aber das hab ich noch nie g'seng. Kann man das auch ziehen vielleicht? Na. Na, hab ich auch schon probiert. Ich bin ein Trottl. Ja. Was hast du gemacht? Und Bilderrahmen runtergerissen. Weil ich dich geschimpft hab, dass du das letzte Mal hier... das abgebaut hast. Und ich mach das gleiche. Ja. Muss ich jetzt drauf sein? Ja, nix. Ja, definitiv. Alter, wir müssen das das nächste Mal mit Glück abbauen. Alter. Aus elf Erzen hab ich jetzt da ein 64er Stack gekriegt und ein 43er Stack. Hab ich da ja gesagt? Nein, nein, wir bauen das einfach so ab. Nein, wir müssen das mit Glück machen, Alter. Wirklich? Ja. Nein. Definitiv, Alter. Machst du Diamanten auch gleich? Aber ja. So, 22 haben wir. Duuussch. Scheiß Handy. Duuussch. So, 42 haben wir. Ne, stoppete. Eineinhalb Stacks haben wir wieder. Dann haben wir Diamantrüstung und alles drum und dran. Wenn wir jetzt ein weiterbild, können wir bald eher auf Diamanten umstellen. Jo. Asteck noch und wir stellen auf Diamanten. Oder? Ja, aber nicht mit dem Material, aber nicht mit den Werkzeugen. Weil dafür müssten wir von jedem Werkzeug Haltbarkeit 3 haben. Wir müssten mal ins NPC-Dorf schauen, was die zum Handeln haben für Smaragde. Mhm. Wir haben 34 Smaragde Erze und 6 Smaragde schon. Oh mein Gott, schnell. Was? Was? Du, Hamster, bist du gemein, weißt du. Ne, ich habe mit XP wieder was vor. Was denn? Was verzaubern. Und was? Schaufel. Neue Schaufel oder was? Mhm. Boah, mir ist schlecht. 2,60€ kommen wir jetzt rausgekriegt. Wirklich? Jo. Sehr super, oder? So. Nehm ich eine... eine Diamandos. Wie viel hast du jetzt, oder? Soll ich die Kohle quashen? Brauchst du aber nicht. So, Haltbarkeit und Effizienz. Was? Aber brauchen wir wirklich eine Diamantschaufeln? Ein Verzauber, da darfst du in uns Spitzhacken lieber. Hast du jetzt die Glück 3 einfach genommen, oder was? Na, die Effizienz-Glück. Die Effizienz? Haltbarkeit? Glück, oder was? Ich bin so ein Trottel, Alter. Was? Da ist ja noch Glück 2 oben, Alter. Wir haben Glück 3. Ja, vergiss mich, Alter. Sag nicht, du hast die Diamanten jetzt mit Glück 2. Alter, du gehst noch mit dem Punkt, der Schlang, weißt du das? Ja, das tut mir so leid. Na ja! So, dann nehmen wir nochmal 3 Diamanten. 1, 2, 3. Weil dann eigentlich noch eine Spitzhacke. Ich verzauber einfach Spitzhacken, weil Spitzhacken sind das meiste, was wir brauchen, Alter. Ich hab Level 25. Ja, warte noch bis Level 30. 30 plus. Ja, mit 30 kannst du schon verzaubern, weil es wird dich besser, wenn du... Wenn du mehr hast, das ist das Problem. Yeah, unsere... Unsere kleine Farm ist auch schon voll am Gedeihen, Alter. Du hast es auch schon mal gewonnen. Was hast du gekriegt? Effizienz 4. Au, für zwischendurch ist es nicht schlecht. Ey? Die kannst du ja normal wischen, ne? Ja, die kannst du crashen. Ja, nein, darum sag ich ja. Ich verzauber lieber Diamantspitzhaken mit meinen Levels, statt dass ich die Level unnötig versauf oder verbrenn oder keine Ahnung was. Dann haben wir Spitzhaken, die haben einen Sinn und dann haben wir Spitzhaken, die kannst crashen, ne? Das sollte man separate Kisten machen. Und wieso? Die, die was wirklich gut sind, die sind als allererstes. Also die Effizienz, Haltbarkeit, Glück 3, also die wird aber sowas von, weiß ich nicht was, gehalten. Ist ein Arisch, beim Ostenstein haben wir auch schon so viel. Mhm, geht schon was weiter. Ist der sicher, dass ich Kohle nicht queschen soll mit Glück 3 und einfach alles mache? Ja, weil du wolltest ja eine Aufnahmepause machen. Ja, ja. Ich mein nächstes Mal. Jo. Verabschieden wir uns wieder mal am Balkon, das haben wir eh schon lange nicht mehr gemacht. Jo, können wir. Jo, meine Freunde, dann hoffe ich, es hat euch wieder gefallen. Ein bisschen Höhlen-Tour haben wir gemacht, ein bisschen viel Materialien haben wir gefunden. Nur halt, ja, Lapis haben wir, ja, das nächste Mal wissen wir es, Lapis mit Glücksspitzhackerl abbauen. Dann kriegen wir ein bisschen mehr, als wenn wir mit normalen Spitzhackerl, ne? Ja, auf die Idee hätte ich auch kommen können. Aber für was habe ich ihn geändert, he? Also, für was, ein bisschen was gut. Muss er ja sein, ne? Jo, ansonsten hoffe ich, es hat euch gefallen und bis zur nächsten Aufnahme, Freunde. Tschüssi. Tschüss. Tschüss.